Ja, hallo, willkommen zurück zu GTA 4. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im letzten Part die eine Mission verschissen habe und echt gar keinen Bock mehr hatte, die neue anzufangen. Ah, ich kann die Rechtsanwälte-Mission machen. Mal überlegen. Ja, ne, dann mach ich jetzt die Rechtsanwälte-Mission und dann mach ich mal die andere, die ich verschissen habe. Ja. Dann fahre ich mal hin. Natürlich habe ich meine scheiß Karri. Hm. Wann habe ich denn den Temp? Ach, Mallory. Na, so hat es ja letztens gerade auch angefangen. Ne, dann lehne ich mal ab. Denn gerade fahre ich jetzt schon hin, habe ich echt gar keinen Bock noch anzuhalten, wieder zurückzufahren. Mann, das tut mir zu lang. Boah. Am Spiel angefangen. Ich müsste mal noch online zocken, GTA 4. Wird schon noch total witzig. Ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich will Raketenwerfer-Action. Job-Interview. Ja, ja, ich fahre schon hin. Ah, das blöde ist, es ist zu weit weg. Boah, gut, dass der Polizei es egal ist, dass ich gegen andere Wagen fahre. Sind das jetzt schon lange, die Polizei, amals? Ich weiß nicht mal, wo ich abbiegen soll, oder wie lange ich fahren soll. Ich weiß nur, dass ich schon nach unten mal so einen Sieden fahren muss. Von Mann. Algo-Kinn. Wenn es so heißt. Nein, Mallory, kannst mich mal. So, hoffentlich hier nach rechts. Ja, hier hoch. Ah, ja. Geil. Lieber entgegenfahren, es geht weiter. So, schön die Waffen wegpacken. Und, ja, Ryan springen. Ja, komm. Äh, it's Nico Bellic. I'm here for an Interview. Geht zur Rezeption. Ja, aber bloß. Ah, hat eine Ekerachtel. Okay, diesmal folge ich dir sonst, äh. Muss ich wieder alles in vorne anfangen. Folge der Empfangsdame. Ja, boah, was für ein super Job. Ha, ha, ha. Ja. Ja, was ob. Wir müssen ihn doch nur töten. Ja. Hallo, Nico. Was ist das für ein bisschen, Nikolai? Ich bin ein Mann, der kann die Arbeit machen. Nikolai, ich liebe dein Resümee. Ich bin ein Mann, der nur einer Ekerachtelung. Hr. Ich bin ein Mann, der würde sich noch mehr anschauen. Ich muss nur noch einen Blick nehmen. Ich bin neugierig mit deinem Mann. Ich bin ein Mann, der sich umgekündigt mit deinem Mann. Ich bin ein Mann. schaffte klar ein schlag und schon ja die sterben die märche und so ne johu aus dem Fenster springen, wenn das nur gehen will ja, warte ja geht, geil hätte ich gedacht ja, Gebermann, mein meins und da ist ein Sprung und den fahr ich mit diesem, ne, diesen Taxi oh mein Gott, ein epischer Sprung jetzt knallt nein, Dreck ja, geil ich geh mir nen Helikopter holen Waffe rausholen ah, die kommen jetzt im Zunahe und nein, die sind keine, scheiße mein ganzer Plan ist am Arsch ja, wer schießt hier auf mich man die sterben doch ja ah, geh rein, geh rein, geh rein ja, nein ey, ich seh nix und die schießen hier ununterbrochen drauf ah, ah ah ja, okay wir sehen uns gleich nochmal an der gleichen Stelle, wuhu so, jetzt bin ich wieder hier drin und Most brauchen wir Waffen, normal mom ihr gebt mir ja, komm da schaffst du auch irgendwie schnapp dir die Akten, oh wo erledige Goldberg ahhh scheiß wenn ich nicht erledige dann ja gestern gestern man und du auch ja jetzt schlappung so ah da habe ich meinen Wagen hingepackt damit ich jetzt direkt abhauen kann da brauche ich nicht ach komm ich steige einmal ja ne komm jetzt kann ich ruhig wegfahren wenn die mich nicht sehen ja quer springen also kann ich auch direkt landen oh nein nicht gut genug ja ich weiß aber ich muss erinnern ich muss erinnern die abhauen mehr nicht hm hm ah scheiße da vorne ist schon ah ja ne auf meine straßenseite ja komm her ja komm her ich hoffe ich sehe mich eins holen nein scheiße komm für die nächsten idioten blabber police und so'n zeug ja ich bin in den kommen und da muss er so schon noch hoffen dass hier keiner kommt uh auf zwei rädern fahren bring dir akten zu Francis ich war jetzt richtig und ja ich glaube ich war schon richtig hm hm wie weit ist es überhaupt hm ja geht 100 yards turn left so ähm muss er noch geradeaus fahren ah schöne kirche müssen wir auch irgendwo in die luft springen hm ähm wäre mal richtig zu geil wenn man wegsteht jedes gebäude in die luft springen könnte ja richtig schau mal nach links g komm hm ja aaaah ne da schaff ich es wohl nicht und oh ziel auf die straßen hier sind so ah hier ist er ja schon dann dann hier m hm 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 ich frage mich jetzt echt ob man ihn wirklich im Leben lassen könnte weil hat er immer dann wird sich wieder ausgeflippt ja ho ho oh oh Ich weiß nicht, ob ich packen. Ich muss mich gehen. Ich liebe dich auch. Schön, dich zu sehen. Ich bin sicher. Es ist lustig, aber ich sehe viele mich in dich. Du kennst dich warum? Nein. Du kennst dich nicht gut und nicht evil. Es ist nur ein Schmerz von fucking Grey. Whatever. Wenn du das 1% besser machst, das ist genug. Ja, das ist unsere Wunschung. Wenn du so sagst. Oh, ich sage so. Ich will das ein bisschen besser machen. Von allen Dingen notwendig. Und du? Was willst du? Ich will Geld. Klar. Ja, klar. Also, ich habe etwas, was ich für dich tun. Das ist die letzte Zeit. Natürlich. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up. Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin. But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off-the-boat killer with more balls and brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to the Vark site and call me. Fucking cheese. Ah, so kann man uns einem Typen fünf Riesen rausquetschen. So, Taxi, denn ich hab kein Bock nach. So, jetzt ist es ein paar. 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 Vielen Dank.